Hallihallo, neues Video auf meinem Kanal. Ja, es ist jetzt 20 Jahre her. Am 8. Mai 2004 siegt der SV Werder Bremen mit 3 zu 1 gegen den FC Bayern München. Ja, die Bremer haben natürlich gesungen, zieht in Bayern die Lederhosen aus. Das Ganze, wie gesagt, 20 Jahre her, da gab es noch die dicken Knochen, die dicken Telefone. Und ich habe für euch jetzt aus meinem Archiv noch Material, was noch nie veröffentlicht wurde, inklusive der alten Telefone und natürlich den Bildern, die viele Leute nicht zu sehen bekommen haben, wo dann praktisch der Meisterrasen rausgerissen wurde und wie ging es auf dem Marktplatz zu in Bremen. Die Bilder seht ihr jetzt in diesem Video. Am Ende bitte ich euch einen kleinen Like da zu lassen, würde mich freuen und schaut dann auch mal wieder rein hier in diesem Kanal SV Werder Bremen. 20 Jahre ist das nun her. Liebe Fans, hier nochmal meine dringende Bitte. Bitte bleibt auf euren Plätzchen. Wir wollen jetzt schön gemeinsam und friedlich feiern. Bitte bleibt auf euren Plätzchen. Bitte bleibt auf euren Plätzchen. So, noch mal eine ganz, ganz wichtige Durchsage, Leute. Morgen können wir ausgelassen feiern und so richtig auf Deutsch gesagt die Sau rauslassen. Aber heute bitte bleibt auf euren Plätzchen. Bitte bleibt auf euren Plätzchen. Sonst atemt das hier im Chaos aus. Wir wollen jetzt bitte feiern. Wir wollen in der Bundesliga ein saures Bild abgeben. Bitte bleibt auf euren Plätzchen. So, noch mal eine ganz, ganz wichtige Durchsage, Leute. Morgen können wir ausgelassen feiern und so richtig auf Deutsch gesagt die Sau rauslassen. Aber heute bitte bleibt auf euren Plätzchen. Sonst atemt das hier im Chaos aus. Wir wollen jetzt bitte feiern. Wir wollen in der Bundesliga ein saures Bild abgeben. Bitte bleibt auf euren Plätzchen. Ein, zwei, super! Sieht sein, zwei, super! Sieht sein, zwei, die Lädel aus, nuss! Hier kommt der Krasch. Wir kommen gleich raus. Hier kommt der Krasch. Hier kommt der Krasch. Hier ist der Krasch. Hier ist der Krasch. Wir machen den Krasch. Wir sind die Krasch. Wir haben den Krasch! Wir sind die Krasch. Oh, ist das schön, oh, ist das schön. Na, wir sind so mehr so in der Mitte. Oh, ist das schön, oh, ist das schön. Jetzt den Raten auch wieder freizumachen für den Leidenschaft. Wir haben auch schon das Gefühl. Danke, alle sind nah gewesen. Alle Nachfragen. Und wir haben auch noch die Raten. Und wir haben auch die Raten. Ganz schlussendurch haben wir die gleichzeitige Stahl. Und dann brauchen wir nicht die Güte. Wir haben auch noch ein Bier. Sehr gut. Also, kochen Sie sich hier. Und Dragwürfe. Wir sind da. Wir sind da. Wir haben ja keine Worte, die ich hier arbeite. Na, guck mal. Na, was ist das? Ein Auslag oder was? Ich weiß nicht, was ist das so. Kommt ihr jetzt hoch? Aber na war das schon. Ja. So, sind Sie jetzt mal. Die werden zusammen. Und einer steht da, einer steht da und dann finden wir uns. Aus, Trammaier! Durch es 드�ugn. Durch es geht. Durch ein Benjamin. العالم wir schon am sins. Durch es geht. Durch es geht. Heinz vom N ہیں. Nun aim es auf dem Ende des Landes refunden, Unterstützung, werden wir auch den Pokal nach Bremen holen. Und dann sehen wir uns hier in 14 Tagen wieder. Wir machen ein paar Tage Musik und dann gibt es weitere Interviews gleich. Als aller anderen Bürgermeister in Deutschland, hier ist Henning Scherf, der Hausserf. Und der hat zu mir gesagt, das was er immer sagt, er kommt ja auch mit dem Fahrrad im Stadion und setzt sich nicht auf die Wipplose, sondern stellt sich in die Kurve. Und Henning hat gesagt, ich will nicht schnacken, ich will singen. Und zwar mit euch zusammen und ich gebe euch mal das Mikrofon. Henning Scherf, also toll, dass ihr alle gekommen seid. Ich freue mich genauso wie ihr alle. Und jetzt singen wir, Deutschlandmeister wird nur der SVB, mit Deutschland von Wien, nur der SVB. Deutschlandmeister wird nur der SVB, nur der SVB, nur der SVB. Deutschlandmeister wird nur der SVB. Ich hoffe ganz, es смотрите,таки wir sind gefehl, über die Waitful. Du bist jetzt eigentlich kein 컨 renting. Ka xu fantastic. Hallo und her sen樁. Vielen Dank.